Jetzt ist er bereit, mit dir zu arbeiten. Darf ich das Foto nochmal sehen? Darf ich. Sind wir jetzt eigentlich Schwestern? Das bist du ja. Pass auf, dass du nicht wieder geblitzt wirst. Hallo Paula, hast du Geburtstag? Ist Raya nicht eingeladen? Kann aber mit deiner Tochter spielen. Ja. Lando? Was? Sie hat den Lasse gebissen während des Mittagsschlafs. Er musste ins Krankenhaus. Ich war das nicht! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Haben Sie schon mal von einer reaktiven Bindungsstörung gehört? Es geht da um Kinder mit Frühtraumatisierung. Die Ergebnisse der Tests lassen mich eindeutig darauf schließen. Dass Raya weder Empathie noch Ängste empfindet. Sie empfindet überhaupt nichts? Können Sie ihr helfen? Sie wollen sie wieder in ein Heim stecken? Liebe ist nicht genug für Raya. Wo hast du gesteckt? Kannst du das bitte nach Dienstschluss machen? Was denn? Das mit deinem Kind? Das geht schon. Willst du wirklich so weitermachen? Das ist nicht gut für dich und auch nicht gut für Nick. Hast du auch Angst vor ihr? Ich guck, wenn du schläfst, ich mag dich tot! Wir machen endlich Fortschritte. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Bist du jetzt völlig durchgedreht? Das schaffst du nicht. Die ist krank. Die muss weg. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Vielen Dank.